Auf Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Von zur Hölle, reden Sie da, der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Was für ein Wichser. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, noch mal Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Aus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Oh, ich hoffe, der Junge stirbt, Alter. Ich kann daran nicht, dass er uns das Geschütz bedienen kann, ey. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ich kann auch nicht in der Verfassung ehren. Ich gehe vor, dass Sie die Pflicht tun. Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bringt Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Oberkommando, anfangs von Seiten. Drücken Sie zum gut geschwobenen Basis. Zerstören Sie den Strukturunterlagen über unsere Truppenbewegungen. Und stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streitkräfte. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Gerns. Ja, ich versuch's. Was, Hartmann? Hartmann kriegen wir noch. Das ist ein harter Mann. Dann kann das... Ja, kommt! Ich! Ja! 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 Wo sind sie denn? Komm mal ruhig da! Ja, 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 ja. Ja, ich tue sie wieder. Kriegen wir da hin. Gemützt. Ja, 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 ja. Könnt noch nix machen. Vorbein! Meinst du, was ist denn jetzt flüssig, Bruder? Witzbeugen. Das Witz. Und dann, wir sind geradeaus. Und dann, wir haben bestimmt irgendwas. Was ist im Sinne von viel? Alter. Ja. Natürlich. Die Bomber sind so wendig. Alles klar. Warum kann der nicht einfach Ja sagen? Ja. Das verstehe ich auch nicht. Hallo! Bin zu Hause! Ja. 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 Aber knapp. In your face. In your face. In your face. Eine Frage. Ja. Ich kann jetzt wieder anschauen. Oh, ja, ja. Ja, genau. Ganz klärisch. stefan wieder zum laufen ich schlage mich zu den flugabwehrgeschützen durch außerhalb des panzers war die welt unmittelbarer ganz gut wie hoch und tot ohne meine stehlerne hülle unterschiedlich nichts den leichten in den ruinen war keine gedankenlose allmächtige maschine einfach nur ein verwundbarer mann voller fehler einsam doch super stark mit 19 schuss in der tasche wird es mich verarschen stefan ich lasse dich zurück aber ich komme wieder ich könnte jetzt mit 19 schuss ich höre dass ein panzer kommt die da unten sind sie Ah, guck mal, das ist ja schön. Ja, dankeschön. Das gefällt mir natürlich noch besser. Ich hab das schon nicht rot, die sag ich nie nach irgendwo. Jetzt pass mal auf, ja. Hallo? Ah! Keine Ahnung, ich hab keine Granaten, natürlich nicht. Entschuldigung, mein Elm ist nicht so... Mein Elm ist halt nicht so der Beste, entschuldigung. War der Thompson? Bist du Thompson, oder? Hab ich früher immer gerne... gerne genommen. Zum Schießen. Eine Tommy Gun. So, go. Ich bin weg. Du kannst aber hoch springen. Möller. Ich bin weg. 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 Leider will ich erstmal nach oben gehen. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. ja auch ich weiß nicht was ich versuche ich muss es machen hat ja alles sehr gut funktioniert ja Leute ich komme da unten alles klar ich bin gleich da einen Moment ja ich sterbe mir das mal was nein 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 doch nicht hier da sind wir noch nicht an die Schrute gefällt mir Guck 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 was ist mit den anderen da Alter Alter Peter Matthias Müller 1912 bis 1945 der ist doch nicht 1912 naja verstehe schon naja die die alle die 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 Können wir mitnehmen? Hallo, hallo! Oh, da ist ja auch noch was. Das ist gut zu wissen. Ähm, gut, ich glaub... Ach, so was denn noch, kurz mal. Das noch, das noch. Die kriegen wir natürlich nicht weg, das ist halt doof. Ah! Hätte das mal früher gewusst. Ja, nee, ist klar. Na gut, komm. Dann machen wir erstmal... mit Snipern. Und dann... und ja, den Rest. Da ist einer. 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 Das finde ich ja kein kleiner Panzer ist da. Ich glaub, wir sollten den Panzer zuerst, ne? Der kommt hier wieder hin. Da ist einer. Dann bist du doch jetzt wieder... Oh... Oh, okay, wir sind hier. Ouh, ouh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah, das ist toll. Ja schon, den haben wir, oder? Ach du Scheiße. Das ist mir gar nicht gut. Ja, ich weiß, da hinten sind noch. Kacke, ey. Einen am anderen Netz, ganz ruhig. Halt doch mal stehen da. Ja, die treppen wir sowieso nicht. Alter Leute. Bleibt doch mal stehen, ganz ehrlich, Alter. Ja, willst du mich verarschen? Steh auf, du. Ja, ich muss da hin, natürlich, aber... Hä, mehr sind die nicht? Hä, was ist das auch? Den krieg er mit der Dummygang. Ja, die wollen da hinten nicht rauskommen. Und ansonsten... Sind da was? Ja, sind die ja... Ne, sonst gibt's ja keine Gegner mehr. Da hinten, der, nein, noch, aber... Den krieg ich leider so nicht. Na gut. Na, laden wir nach. Ich warte kurz. Wer lässt sich denn da hinten bleiben, hier? Halt, halt, halt. Einen Schuss haben wir noch. Jetzt haben wir nicht noch kaum wieder welche. Ach, komm. Alter, 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 alter. Was war denn hier die Munition? Die Munition da. Jetzt wird es aber das. Alter. Alter. Hat er ganz alleine den Leuten weggeballert? Muss was recht sein. Okay, komm. Komm, 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 komm. Alter. Jawohl. Jawohl. Komm, komm, komm. Jawohl. Jetzt zurück zu Stefan. Jetzt zurück zu Stefan. Lauf, 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 lauf. Oh, was? Ja, natürlich. Dann lass mich doch. Ähm, ja. Ähm. Ja, wie rein? Dann lass mich doch. Hä? Ja. Ich bin sicher, Alter. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls Peter. Das Team bewegt sich noch. Oh, da ist eine Mocknutter. Ja, 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 ja. Ich bin dabei. Noch einer. Zwei. Drei. Oh, da ist was hier. Überfreitender. Komm, ja, du. Peter, wenn Sie so weitermachen, haben wir ein Problem. Oh, nein. Ach, komm. Ach. Ja. Komm mal. Mal reparieren. Mal reparieren. Mal reparieren. Mal reparieren. Mal reparieren. Vielen Dank.